Ja, hallo, es ist soweit, Pro Evolution Soccer 2015. Endlich ist es da, alle haben drauf gewartet, auch die FIFA Fanboys wollen nämlich sehen, wie ist das Spiel, wie ist das Gameplay, wie ist die Grafik vor allem und wie weit hat sich das alles geändert. Im Gegensatz 2014 und nach meinem Eingang das letzte Top Game 2013. So, erstmal die Sprache eingestellt, dann noch ein bisschen die Konfiguration für das Gamepad, aber scheiß drauf. Gleich jetzt weiter, ich belästige euch nicht mit dem langweiligen Kram. Hier seht ihr schon die ersten Mannschaften, die deutsche Mannschaften suchen wir natürlich und die sind wie immer durch die schwachen Zensierungen nur unter weiteren Mannschaften in Europa zu finden. und dort finden wir auch schon Bayern München und Leverkusen und weiter unten gibt es auch noch Schalke. Scheiß drauf, Bayern nehme ich, denn jetzt endlich wurde es mal angepasst, wir sind zwar auch Weltmeister und Bayern München ist nun endlich in aller Fußballköpfe in der ganzen Welt und deswegen sind die ganzen Spielerwerte richtig angegriffen, so wie wir auch recht sind. So, das ist das Menü. Kachel, Kachelung, wie auch immer oder beziehungsweise Flat Design nennen wir das ja. Ja, sehr schick, übersichtlich, nicht überladen, ansprechend, mit einer coolen Animation im Hintergrund, da eine ausgeweilte Mannschaft, also ich habe mir jetzt auch noch nicht viel in andere Mannschaften angeguckt, aber das lässt sich alles sehr schön betrachten. MyClub hier, das große Ding, wo ja die ersten Besteller noch extra Bonuspunkte bekommen haben und so, ist gezwiespaltende Meinung darüber, weil man damit in-game Käufe verursachen will oder anreizen will, aber das ist eine andere Geschichte. So, das war es erstmal. Danke fürs Zuschauen.